Manfred Kalz kommt, während die Wiederholung läuft. Schiedsrichter tun da des Guten ein bisschen zu viel, ermahnen immer wieder beide Akteure. Kalz. Er hat es geschafft. Das muss doch wie erlösend wirken, wenn der Ball im Netz ist. Toni Schumacher, auf. Er hat keine Chance gehabt. Ganz anders als sonst, wo er sie flach schiebt. War nicht ohne Risiko, diesen Ball da hoch unter die Latte zu setzen, aber er kann. Es ist ein grausames Spiel, vergleichbar im Tennis, im Thai-Break. Die Engländer, die Amerikaner haben das mal stand und dessen genannt.